Wir machen weiter. Zwei seltene Goldspieler. Ah, das Pack hier. Und dann wird's fett. Das ist ein gutes Zeichen. Gehen wir. Elfspielerpack 81 plus, meine Damen und Herren. Wir hatten übrigens noch nicht mal einen Walkout. Wir haben jetzt Buskets natürlich. Kennen wir alle? 3x81 plus Stürmerpack. Come on. Ah Gott. Hey, aber immerhin. Das ist ein 86er Walkout, die mobile. Geht doch. Mittlerweile. 3x83 plus Verteidigerpack. Oh, ein Walkout. Immerhin. Immerhin. Ähm, moi, Thiago Silva mit 49 Tempo. Na, moi, c'est. Und ein Inform. Ja, gelungen. Cuadrado endlich raus. Der ist noch da. Noch. Noch. So. Jetzt wird's fett. Aber erstmal das seltene Spielerpack. Jetzt wird's fett. Are you ready, guys? I said, are you ready? So. E-Di-Ma. E-Di-Ma. Hi, Ma. Baden-Yaka, 15. Monat. E-Oga klumpi geht raus. Du bringst mir jetzt das notwendige Glück. I believe it. Gärma. Live. Danke fürs Folgen. Live is live. Na, 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 na. Ja, Jaguar, willkommen zurück. Na, immerhin. Oh, es ist Martinez, 88er. Der, der eben jetzt ins Team of the Week kam, gell, Leute? Hey, das ist doch gelungen. 88er Martinez, sagt mir mal, dass der was wert ist. Oh, was ein seltenes Spielerset, meine Damen und Herren. Fett. Fett, für ein 50K-Pack. You're shurzing with me. Der 88er Lautaro, der ist ja noch nicht mal auf dem Markt vernünftig. Na ja, was, 43K, doch. 40K, ja, na, immerhin. Toni Kroos, sind ja alle sauteuer. Das ist ein tolles Pack. Das ist echt ein tolles Pack. Ich nehm die alle mit. Come on. Come on, mit Battleship-Musik. Da ist er schon wieder, der gute Navas, 88er. Go. Go. Oh Gott, wie geil wäre, was blau ist. Und das ist Toni Kroos, den wir jetzt doppelt haben. Bei den Stürmern kommt immer over. Na gut, dann wollen wir es jetzt allerdings verändern, ha? Okay. Guys. Seid ihr ready? Dreimal 85 plus Pack. In drei, zwei, eins. Und gehen wir. Come on. Oh mein Gott, blau, 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 blau. Nein, erdenvolle Belohnung. Immerhin. Oh mein Gott. Oh Gott, scheiße. Oh, Harry Kane. Wenn mich einer trollt, dann Harry Kane. Okay. Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir gehen einfach rein. Ja, i demo. Come on. Geh mal. So, wir öffnen. In drei, zwei, eins. Let's go. Come on. Come on. Und es ist, es ist England, Innenverteidiger, Ferdinand. Ihr schreibt win. Findet ihr, er ist ein win? Hey. Ja. Hey. Oh. Die ganzen Leute im Chat schreiben, okay, win, passt. Kippen, dann kann man spielen und so. Ha? Der ist krass. Oh. Oho. Biest. 600k. Oh. Oh. Ja, geil. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Weil wir hatten ja Blanc 89. Wir hatten ja Blanc 89. Tick.